Hallo liebe Oldtimer-Freunde, ich möchte euch heute mal schnell ein paar Bilder zeigen von einer Simson AWO Sport. Seht euch einfach die Bilder an und wenn ihr sie etwas genauer sehen möchtet, dann drückt einfach die Pause-Taste und zoomt zu euch heran. Viel Spaß beim Ansehen der Bilder. Man sieht nicht alles ganz genau, da die Maschine etwas eingeschneit ist. Ich habe auch noch viele andere Sportmotorräder, auch Prototypen von Simson AWO in meinem Kanal. Seht es euch einfach an und viel Spaß dabei. Am besten finde ich die Simson AWO Prototypen mit dem Boxer-Motor von einem AWO-Motor. Schaut einfach selber rein und bildet euch eure Meinung. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020